Hallo, mein Name ist Marco und ich bin Clubleiter bei GetFit. Jeder, der trainiert, benötigt ausreichend Flüssigkeit. Deshalb werde ich euch heute unsere Getränkebar vorstellen. Unsere Premium-Mitglieder können unsere Getränkebar so oft nutzen, wie sie möchten. Man findet eine Vielfalt in verschiedenen Elektrolytgetränken, aber auch Wasser. Weiters haben wir auch an der Rezeption qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die jeden Tag gekauft werden können. Mit der richtigen Ernährung und Bewegung werdet ihr in kürzester Zeit euer optimales Fitnesslevel erreichen. Wir unterstützen euch!